Heute bei Hour of Power. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des Hour of Power Chors und Ihre Übungsstunden. Musik bewegt die Herzen der Menschen. Genießen Sie das großartige Lied His Eye is on the Sparrow vom Hour of Power Chor und lassen Sie sich durch die Predigt, Ermutigung und Geistesgaben von Bobby Schuller für Ihren Alltag ermutigen. Entdecken Sie Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen.